Die Welt geht unter, Leute. Wir werden alle arm. Unser Lebensstandard sinkt. Deutschland schmiert ab. Komplett. Wir haben eine globale Erwärmung. Klimakatastrophe. Die Polkappen schmelzen. Die Eisbären, die finden kein Eis mehr, auf dem sie surfen können. Und der Wasserspiegel steigt an. Überall ist Krieg. Börsencrash. Zinsen steigen. Unser Geld wird entwertet. Inflation. Alles schmiert ab. Migration. Ganz Afrika will zu uns nach Deutschland ziehen. Katastrophe. Gut, das kannst du jetzt glauben. Das könnt ihr glauben. Und wisst ihr, was dann passiert, Leute? Dann passiert genau das. Euer Leben geht im Endeffekt den Bach runter. Und ich sehe gerade zur Zeit die ganze Zeit solche Videos, wo es heißt A. Alles wird schlechter. Und B. Die Welt ist eine Matrix. Und alles verschwört sich gegen euch. Leute, wisst ihr was? Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht der Dinge ist die, die ich aktuell sehe. Okay. Ich bin von jemandem, der aus einer Familie, die wirklich keine Kohle hatte. Ich habe keinen überdurchschnittlichen IQ. Okay, ich sehe vielleicht überdurchschnittlich gut aus. Nee, es war natürlich auch Spaß, ja. Ich bin, ich bin bei Weitem nicht überintelligent, nicht überdurchschnittlich gut aussehend. Ganz im Gegenteil. Meine Haare waren schon mit Anfang 20 schon weg. Aber ich habe es geschafft vom Möbelpacker, vom Straßenbau, von all diesem Zeug zum Multimillionär. Und wisst ihr was? Bei mir hat es länger gebraucht wie bei anderen Leuten von mir. Jetzt schaut euch mal das hier an, okay? Ich gehe jetzt hier in den Chat rein mit einem meiner Leute in Vertrieb. So. Ich gehe jetzt mal hier rein und er schreibt mir, in den ersten vier Wochen im Sales habe ich 100.000 Euro gemacht. Herrlich. Ich danke dir. Wirklich. So. Da könnt ihr sehen. Das war vor, das war gestern, okay? Das heißt, ich habe es noch nie gesehen, dass es so gut läuft bei vielen und dass es so schnell geht, so viel Kohle zu verdienen, so viel zu lernen, ohne eigenem Business, ohne viel Kapital, ohne irgendwelchen krassen Skills. Und es gibt jetzt zwei Ansichten. Du kannst jetzt entweder denken, die Zukunft wird richtig schlecht oder die Zukunft wird richtig geil. Es gibt die Leute und es gibt die Leute. Und wisst ihr was? Es haben beide Recht. Beide dieser Leute haben Recht. Das heißt, zu welcher Gruppe gehörst du? Und es wird jetzt relativ dringend für die Leute, die richtig viel Kohle verdienen. Denn wie schaut denn meine Prognose aus, Leute, okay? Und außerdem, ich mache dazu ein Live-Online-Seminar, wie kann man nicht nur jetzt pro Monat 5.000 bis 50.000 Euro dazu verdienen, im Bereich Immobilien, PV, Consulting, HR, Investmentvertrieb und so weiter, sondern wie kann man dann dieses Geld auch investieren und nicht nur verdoppeln oder verdoppeln oder verdoppeln, denn ich weiß, dass es jetzt gerade Bereiche gibt, die im Vertrieb und im Marketing so lukrativ sind wie noch nie und dass es auch 2024 einen Bullrun geben wird, in Krypto, der brutal wird. Und deswegen, wer richtig viel Kohle verdienen will, der klickt jetzt hier unten auf den Link oder der schreibt mir hier per WhatsApp Geld verdienen und dem schicke ich dann diesen Link hier zu. Wer es verpasst, der bekommt eben eine Aufzeichnung, also klick hier drauf oder schreib mir, wenn du es verpasst hast. Und dann mache ich ein Online-Seminar, wo ich komplett erkläre, wie das geht, dass man sich Cashflow aufbaut und dann richtig investiert, dass man 2024, wenn man es richtig macht, nicht nur ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend verdienen kann, sondern sogar Millionär werden kann und auch kaum Steuern zahlt, legal. Was ich außerdem mache, Leute, ich habe ja meinen Geldkurs, ich habe so einen Investmentkurs, der ist gratis. Den kannst du entweder finden, wenn du bei mir in Telegram reinkommst, einfach hier per WhatsApp schreiben Telegram hier an die Nummer, dann wirst du da eingeladen und ich poste auch die ganze Zeit bei Instagram und da habe ich einen Investment-Geldkurs reingepostet und da habe ich nur drei Cointipps reingepostet, zum Beispiel AVAX. Der hat sich, seitdem ich den gepostet habe, im Wert verdoppelt in weit unter einem Monat. Das heißt also, wenn ihr auch hier live dabei seid, dann werde ich euch nicht nur meinen Investment- und Geldkurs schenken, Punkt 1, ich werde euch Punkt 2 auch einen Marketing- und Lead-Generierungskurs schenken und ich werde auch Punkt 3 euch ein einstündiges Immobilientraining schenken, denn ich sage immer, wer breit streut, der rutscht nicht aus und ich sage den Leuten, macht die ersten drei bis fünf Jahre Marketing und Vertrieb für Cashflow-Aufbau und macht dann noch eine Kombination aus Krypto und Immobilien und das erkläre ich dort alles. Also das heißt, meldet euch hier an, seid live mit dabei. Wenn ihr es verpasst habt, dann schreibt mir hier Geld verdienen unter der Telegram, um dann eben auch da dabei zu sein. Und ich will euch einfach nur ans Herz legen. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sehen es negativ, die anderen sehen es positiv. Und meine Empfehlung ist die, schalt den ganzen negativen Schrott ab, der dir eh nichts bringt. Zieh dir nur positive Sachen rein. Zieh dir nur Dinge rein, die dir was bringen, wo du lernst, wo du ein geiles Netzwerk aufbaust, Kompetenzen aufbaust, Kohle verdienst und wo du nicht nur körperlich fit bleibst, sondern auch mental fit bleibst. Wenn ich vergleiche es immer so, bei der Ernährung, wenn ich nur Schrott esse, dann wird mein Körper Schrott. Wenn ich nur gute Sachen esse und trainieren gehe, dann werde ich extrem fit, mein Körper sieht super aus. Wenn ich mir über die Ohren nur negativen Schrott reinziehe, dann werde ich schlecht drauf, demotiviert, inkompetent und pleite. Und auch negativ drauf. Und wenn ich mir nur die richtigen Sachen reinziehe, dann werde ich kompetenter, motivierter, gut drauf, verdiene Kohle und werde auch noch reich. Und das ist eben der größte Unterschied. Und zu dem ganzen Thema, wir leben in einer Matrix und die Leute sind moderne Sklaven und so weiter. Leute, wisst ihr was? Erstens mal ein paar Fakten. Die armen Leute hatten es noch nie so gut wie jetzt. Das heißt also, wenn du jetzt arm bist, dann hast du wahrscheinlich trotzdem noch ein Smartphone, du hast Internet. Du kannst wahrscheinlich trotzdem noch wohnen, hast ein warmes Dach über dem Kopf, hast was zu essen, kannst für 10 Euro oder für 20 Euro im Monat irgendwo ins Gym gehen. Also du kannst auch, wenn du arm bist, hast du trotzdem noch einen guten Lifestyle. Plus Punkt 2, früher als du ein Sklave warst, okay? Erstens mal, du musstest viel mehr arbeiten, du musstest viel härter arbeiten, du hattest einen schlechteren Lifestyle und du hattest auch keinen Weg raus. Es sei denn, du warst vielleicht noch bei den Römen und ein Sklave, warst dann Gladiator, hast dann gekämpft, der Kaiser hat so gemacht und dann kamst du irgendwie frei und so weiter, okay? Aber früher, Leute, da ging es einem erstens mal viel schlechter, man musste härter arbeiten und es gab keinen Ausweg. Und heutzutage ist es so, dass es erstens mal den Leuten gut geht, oftmals sogar zu gut. Zweitens, man muss gar nicht so krass arbeiten. Und drittens, es gibt einen Weg raus. Du hast gratis Internet, du kannst solche Videos wie hier sehen. Du kannst ohne großes Startkapital anfangen im Marketing und Sales Cashflow zu verdienen. Du kannst ohne Banken auf Online-Broken investieren. Du kannst alles machen. Du hast alle Chancen. Das heißt, es liegt also wirklich nur an dir. Ich habe jetzt dieses Video hier gemacht. Wenn du jemanden kennst, der auch zu viel negativen Schrott sich reinzieht oder wirklich diesen Kick braucht, dass er endlich mal aus sich rauskommt und Kohle verdient, dann schick ihm dieses Video. Und ich kann dir eins sagen. Für mich gab es zwei Dinge, die in meinem Leben oder drei Dinge, sagen wir mal drei Dinge, die mein Leben absolut verändert haben zum Positiven, zu einem Traumleben, was ultimativ geil ist. Erstens mal, dass ich auf das Positive höre und nicht auf das Negative. Zweitens, Fitness. Disziplin aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen, Routine aufbauen, Ernährung, Training. Und drittens ist das Thema Marketing und Sales. Du kannst heutzutage von überall aus, örtlich und zeitlich flexibel, dir eine geile Branche aussuchen und auch online über Social Media ohne große Vorerfahrung, ohne viel Kohle kannst du anfangen, Leads zu generieren, fremde Produkte zu verkaufen, richtig viel Kohle zu verdienen und dann auch noch sogar online zu investieren. Also, zieh es dir rein, klick den Link an, sei dabei, schreibe uns ansonsten hier per WhatsApp, auch für sonst alle Anfragen einfach hier per WhatsApp schreiben, mein Team schaut es sich an und ganz wichtig, schick dieses Video jemandem anderen, der genau diese Message hören muss. Also, bis dann, macht's gut, euer Karl, ich fahre weiter, ciao.